ja hallo ihr lieben memories for you uschi heute melden wir uns noch mal für unseren jahreskalender und zwar möchte ich euch noch mal das genauer erklären ihr habt vier päckchen also da steht jetzt diesmal advent drauf also erst advent zweiter advent dritter advent vierter advent einfach nur damit ihr wisst welche päckchen wir auspacken und ihr habt quasi in jedem einzelnen päckchen zwei a7 stempel und eine a6 stencil und die sind natürlich nicht nur für den advent gedacht sondern praktisch beim ersten advent habt ihr stempel und stencil zum thema frühling im zweiten zum sommer im dritten zum herbst und im vierten zum winter und da wird richtig schön als sind silhouett stempel dabei welche zum kolorieren texte also könnt ihr euch auf jeden fall schon mal freuen und wie gesagt es werden videos dazu gemacht da könnt ihr euch auch freuen dass er an jedem advent zum tag auch zu dem ausgepackten päckchen ein video habt mit einer idee das ist das eine und wenn ihr dann möchte das große paket da sind ja auch noch unsere stencils dabei die sind auch immer super beliebt zwölf stück zehn mal zehn stencils mit unterschiedlichen themen also dann bleibt mal gesund und kreativ macht's gut sichert euch gleich den kalender und habt einen wunderschönen tag ciao